Hallo, liebe Wicke-Fährten, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr wisst, ich habe auch einen YouTube-Kanal und den könnt ihr hier abonnieren. Dort könnt ihr immer wieder tolle Videos von mir anschauen. So, und jetzt zum Thema. Hündliche Kommunikation. Am schönsten kann man natürlich die hündliche Kommunikation anhand von Bildern darstellen. Und ich habe einige Bilder davon. Nicht nur im Herzen und im Kopf, sondern auch auf meiner Videokamera. Und ich verrate euch etwas. Ich nehme Hunde schon seit über 20 Jahren mit der Videokamera auf. Ja, tatsächlich. Ich habe mal ganz, ganz klein angefangen. Als Menschenwelpe schon fast. Also ich habe in einem Zelt gesessen, im Revier für Hunde auf der Wiese und habe von da aus die Hunde betreut. Ich hatte die Möglichkeit, Hunden so nah zu sein, wie kaum ein anderer. Ich habe mit 5, 6, 7 Hunden angefangen im Revier für Hunde, habe diese betreut und es wurden Stück für Stück immer mehr. Bei Wind und Wetter habe ich es geliebt, im Revier für Hunde, Hunde zu beobachten. Bei ihrer hündlichen Kommunikation. Hündliche Kommunikation hat ganz viele Gesichter. Also, es gibt Spielverhalten, es gibt die Rangordnung, es gibt die sexuelle Motivation. Es gibt, ich meine, ihr kennt eure Hunde, ihr wisst, mit wie vielen Gesichtern eure Hunde unterwegs sind und wie oft sie sich mit Artgenossen unterhalten. Wenn ihr es zulasst. Vielmehr, wenn ihr es loslasst, also wenn ihr den Hunden die Möglichkeit gebt zur Kommunikation. Wie viele Hunde haben das Problem, dass sie nicht mehr kommunizieren können? Wie viele Hunde bekommen sogar das Verbot ihrer Hundehalter, mit Artgenossen zu kommunizieren? Wie viele Hunde laufen nur noch an der Leine und sind, ja, schon fast enttiert, weil sie zur menschlichen Hundform geworden sind, weil sie für den Menschen gefallen sollen und weil der Mensch bestimmte Ansprüche an den Hund stellt. Ich finde, hündliche Kommunikation ist das A und O in der Hund-Hund-Beziehung. Wenn unsere Hunde uns das Sprechen verbieten würden, dann würden wir ihnen den Vogel zeigen und würden sagen, wir dürfen uns ja wohl ja unterhalten, aber was machen Menschen? Menschen unterbinden häufig die Kommunikation zwischen Hunden. Wenn ich zurückdenke an die Revier-für-Hunde-Zeit, die Anfangszeit, da war ich so reizüberflutet mit sieben, acht, neun oder zehn Hunden, die miteinander kommunizierten und immer hielt ich meine Kamera drauf. Ich habe so viele Aufnahmen gemacht, die ich euch irgendwann einmal zeigen werde. Aber alles zu seiner Zeit. Ich liebe es, Hunde zu beobachten. Ich liebe es, unter Hunden zu sein. Ich liebe es, in Hunden zu baden und auf der Ebene der Hunde zu lernen. Viel zu lernen über die Kommunikation. Manche Hunde kommunizieren so fein miteinander, dass es viele Menschen gar nicht mehr mitbekommen. Es gibt so viele Menschen, die haben einen Hund an ihrer Seite und wissen nichts, aber auch rein gar nichts über hündische Kommunikation. Die sind mit ihren Hunden beim Spaziergang unterwegs, als hätten sie ein Fahrrad an der Leine und hätten auf der anderen Seite die Betriebsanleitung dafür. Mir fehlt dann oftmals das Gefühl für den Hund und die Bereitschaft, auch viel über Hunde und von Hunden zu lernen. Es nützt vielen Menschen überhaupt gar nichts, wenn sie ihre Hunde nur theoretisch studieren. Besser ist, man setzt sich in der Praxis mit seinem Hund ein Stück weit auseinander. Hier kann der Hundetrainer so hilfreich sein, wenn er die richtigen Ansätze pflegt. Also bei mir fängt das Verständnis für den Hund immer bei der Beobachtung in der hündischen Kommunikation an. Setzt euch doch mal auf eine Hundewiese und haltet einfach mal eure Klappe. Setzt euch einfach mal ganz gemütlich hin und beobachtet Hunde. Wenn die anfangen miteinander zu kommunizieren und der Mensch nicht andauernd irgendwelche Kommentare reinhaut oder den Hund darin unterbricht, einfach mal frei mit einem anderen Hund zu kommunizieren, ja, da geschehen noch hündische Wunder. Es gibt Hunde, die haben über Wochen, Monate oder Jahre verlernt, mit Hunden zu kommunizieren. Aber wer ist dafür verantwortlich? Der Mensch. Der Mensch verbietet den Hunden die hündische Kommunikation. Und ich finde, ein wesentlicher Bestandteil dieser Situation ist, dass der Mensch sich mittlerweile die Kommunikation verbietet und sie verlernt hat. Wir kommunizieren häufig über Handys. Wir kommunizieren kaum noch im direkten Gespräch miteinander und Corona hat diese Situation nicht verbessert. Manche Menschen sind schon total verhaltensgestört, wenn sie sich begegnen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie sich begrüßen sollen. Manche Menschen können anderen Menschen gar nicht mehr länger in die Augen schauen. Manche Menschen haben gar keine Mimik mehr bei der Unterhaltung. Die gestikulieren auch nicht mehr mit Händen oder mit dem Kopf, mit der Mimik, mit der Ausstrahlung. Sie sind so ein Stück weit emotional verarmt, weil viele Menschen eben die Kommunikation Stück für Stück immer mehr verlernen. Und wenn wir eine längere Zeit nicht mehr in die Kommunikation mit Menschen gehen und zu viel mit unseren Hunden kommunizieren, auf der Couch, und eben im Alleinsein und im Alleindurchmarsch durch die Mensch-Hunde-Welt laufen, ja, dann wird der Hund irgendwann so, wie wir ihn wollen. Und wenn der Hund dann irgendwelche Verhaltensweisen zeigt, dann geht doch bitte mal nicht direkt zum Hundetrainer und sagt, also hier, der zeigt jetzt Ihnen die Verhaltensweisen, das musst du jetzt mal auf Knopfdruck wegmachen. Das ist ja auch immer so ein Anspruch, Hunde können nicht mehr mit Artgenossen kommunizieren oder sind eben verhaltensauffällig. Und dann hat der Mensch sofort den Anspruch an den Hundetrainer, dass dieser dann das Problem auf Knopfdruck wegmachen soll. Aber der Mensch hat dieses Problem über Jahre in den Hund hinein projiziert, injiziert. Und da gilt es, auch als Hundetrainer die Geduld zu haben, dass wir erstmal schauen dürfen, was der Mensch denn für ein Problem hat oder wie der Mensch aufgestellt ist. Manchmal wirken Kleinigkeiten große Wunder. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass der Hundetrainer auf den Menschen eingeht, damit der Mensch wieder vernünftig mit dem Hund kommuniziert und der Hund wieder lernt, mit Artgenossen zu kommunizieren und mit seinem Menschen. Wenn es dann ungeduldige Hundetrainer gibt, die zu schnell Ergebnisse oder Veränderungen erzwingen wollen, dann bringt das dem Mensch und dem Hund überhaupt nichts. Hier ist der Prozess und die Länge des Prozesses ein wichtiger Bestandteil. Also keine Wunder erwarten, wenn man meint, man müsste mit Druck irgendwelche Veränderungen erzielen. Wenn also ein Hund nicht mehr ausreichend mit Artgenossen kommunizieren kann, was braucht er dann? Hunde. Logisch. Wenn wir Menschen nicht mehr ausreichend mit Menschen kommunizieren können, brauchen wir Menschen. Nur so können wir lernen, wieder mit Menschen zu kommunizieren. Mir fällt auf, jetzt nach den Corona-Jahren, nach der Abstinenz von menschlichem Kontakt, dass ich immer wieder eine Zeit lang brauche, wenn ich mit Menschen in den Kontakt gehe, um mit ihnen auch wärmer zu werden. Man gewöhnt sich ja irgendwann an alles. Auch an die zwischenmenschliche Distanz, die nun durch Corona aufgebaut wurde. Wie viel Gefühl wurde in die Hunde jetzt reingesteckt und wie viel Gefühl tragen die Hunde dann draußen beim Spaziergang zu anderen Hunden? Also fangt mal immer mit eurer eigenen Kommunikation an. Mit der Kommunikation mit euch, mit der Kommunikation mit anderen Menschen, mit eurem Hund und gebt dem Hund auch wieder die Möglichkeit, mit Artgenossen zu kommunizieren. Also, in der Kommunikation liegt ganz viel Kraft, Dynamik und Sinn. Also, wenn ein Hund zu wenig mit Artgenossen kommunizieren kann, dann wird er schlichtweg asozial. Ja, so ist das nun mal. Bei uns Menschen ist es nicht anders. Wenn wir also einen Hund haben, der ein Problem mit Artgenossen hat und wir uns dann von Hunden distanzieren und von Menschen distanzieren und sind dann nur noch alleine mit unserem Hund unterwegs und sitzen gemeinsam auf der Couch und sagen, ach, also die ganze Welt ist schlecht und du bist der Einzige, der mich noch versteht, ja, dann ist das ein kleiner Trost auf dem heißen Stein. Ihr solltet wieder versuchen, mit Menschen in den Kontakt zu gehen und eurem Hund auch die Möglichkeit geben, mit einem Hundetrainer zusammen wieder den hündischen Kontakt aufzubauen. Manchmal helfen da eben Kleinigkeiten und die Kleinigkeit ist manchmal einfach nur ein anderer Hund. Es gibt so viele tolle Hundelehrer für andere Hunde. Also, ich habe im Revier für Hunde so viele tolle Hunde erlebt, die anderen Hunden dabei geholfen haben, wieder auf ihren Weg zu finden, wieder in den Kommunikationsstufen miteinander zu kommunizieren. Also, nicht sofort ausflippen, sondern die Ruhe bewahren, erstmal auch wieder so körperliche Signale zu zeigen. Manche Hunde bekommen das einfach abtrainiert von ihren Menschen. Liebe Menschen, es sind Hunde und sie sind gerne Hunde. Und wenn die Hunde dann hier ins Revier für Hunde kommen, darum habe ich auch genau diesen Namen gewählt, damals vor 20 Jahren, dass ich gesagt habe, es ist ein Revier für Hunde. Aber auch viele Menschen kommen hier hin und können Hunde bei der Kommunikation beobachten. Und das ist das Ausschlaggebende. Wenn die Hunde also hier hinkommen und dann wieder durch Hunde lernen, zu kommunizieren, wieder lernen, die Sprache der Hunde zu sprechen, dann ist das ein Geschenk für den Hundehalter, dabei zuzuschauen. Es ist ein Geschenk, mitzuerleben, durch welchen Prozess sein Hund geht, wenn er die hündliche Kommunikation verlernt hat. Und alle Hunde haben die Möglichkeit, die Sprache der Hunde wieder zu erlernen. Grundsätzlich können alle Hunde hündig. Aber Menschen zwingen oftmals die Hunde dazu, mehr menschlich zu sprechen, als hündig zu kommunizieren. Also denkt immer wieder daran, euer Hund braucht die hündliche Kommunikation. Er ist ein Hund und er spricht gerne mit anderen Hunden. Und er kann auch lernen, wieder hündig zu kommunizieren, wenn er jahrelang nicht mit Hunden zusammen war. Ihr braucht nur fachmännische Betreuung und Begleitung. Ihr braucht super, souveräne Hunde. Ihr braucht Zeit, Liebe und Geduld. Und dann gebt ihr auch den Hunden, die verlernt haben, hündig zu sprechen, endlich wieder, endlich wieder die Möglichkeit, hündig zu sein. Und dann gebt ihr auch den Hunden.